Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo. Ich will keine 2 DVDs ausleihen. Willst du Montag? Ja. Das macht 9 Euro. Und ich brauche noch einen DVD-Spieler. Ja, halt noch einen da. Super. Und noch einen Fernseher? Hummel, ich brauche noch einen Fernseher für den Kunden. Wohnung hast du? Eigentlich nicht. Halt noch was in Pankow und in Lichtenberg. Ja, super. Nehme ich Pankow. Muss er aber am Montag um 23 Uhr spätestens raus sein. Kein Problem. Ich würde die Filme gerne mit ein paar Kumpels gucken. Mhm. Ja, halt nur noch Rainer und Markus. Und die streiten nicht immer. Oh, das kann ich nicht. Besser als alleine gucken. Und dann hätte ich gern noch 3 Pizzasalami und so ein Sixpack, so für Bier. Markus und Rainer sind Vegetarier. Dann... Einmal Salami, zweimal Macker. Okay. Gut, warte jetzt aber, wa? Ja. Das sind deine Kumpels, Markus und Rainer. Ja, ich bin Markus. Rainer, was ist denn? Vielleicht jetzt noch eine Pornonacht an Friedrichshain. Ist das okay für dich? Ja, klar. So, dann kriegst du von mir das Single-Paket, wa? Super. Gut, das macht zusammen 249 Euro. Bitte einmal unterschreiben. Äh, stimmt so. Kannst du mal die hin? Ah, geil. Triple X. Voll die Special Effects. Guck mal. Hey! So ne Arsch, bleich doch.